Nee, 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 nie wieder! Schaffst du, Schaffi, du lügst mein Körper! Heute gleich hab ich's... Gleich hab ich's... Yes! Geschafft! Ich bin endlich im neuen Level! Wollt ihr was holt? Hey, ich trage dir gleich weg, Alter! Ich trage dir gleich, ich trage dir gleich den Fernseher... Ach, nee, Alter, was? Nee, nee, kein Leben weg! Das war kein Leben weg! Ich bin nur Grundtäckter! Alter, mach mir nie aktiv! Das ist doch ein neues Spiel! Nein, hallo, das ist mein Leben! Wie? Gestorben? Hä? Ja, du bist die... Gegen Letzter? Sind die dumm? Ich bin auch nicht Letzter! Doch, du bist falsche Richter... Erklär mir noch ganz kurz die Spielregeln. Ja, also so fährst du vorwärts, damit schießt du Sachen ab. Ja, damit stoppst du... Okay! Hä, wieso? Wieso bin ich da zu hallo? Hä, du fällst auch immer in die falsche Richtung! Hä, nein, du musst so rum! Du musst so rumfahren anstatt so rum! Ja, aber ich fahr doch! Nein, du musst so, so... Nicht so, sondern so! Ich fahr doch! Ja, hallo! Toll, bin Elfter! Hä, du bremst ja auch die ganze Zeit! Du bist aber nicht mal vom Ziel los! Sollen wir was anderes spielen? Du bist Smash Bros! Ja, nur mit... Okay! Ähm, du machst ganze Zeit Selbstmord, weißt du auch, du? Du machst ganze Zeit runter! Äh, äh... Äh... Diese Scheiß-Bomber, ey! Ja... Ich auch, ey! Hallo! Bist du behindert oder hast dich schockt ein Fenster rein? Kommt! Halt! Ich bin nicht einfach! Halt! 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 Jetzt habe ich mir ein Spiel gekauft, 100 Euro daraus gegeben, aber muss das in Multiplayer-Modus spielen! Warum habe ich denn keine Freunde? Und nicht mal meine Schwester will mit mir spielen! Ey, was hast du auf die Scheiße? Ja, ich bin auf FIFA 15! FIFA 15? Okay, kann ich bestimmt meinen dritten Spiel bezahlen! Ey, was? Was ist Elfmeter? Deine Mutter ist Elfmeter! Hey, du hast... Du hast Elfmeter, Ticker! Ey, was Eigentor? Ich Eigentor, die gleich in deine Mutter! Alter, ich hau den Schützchen in die Fresse, wenn ich spinze, Alter! Ich höre! Hey, was? Hey, was? Was Halbzeit? Was ist das denn für Scheiße? Hallo, das ist normal! Das ist nicht Bundesliga! Halbzeit aber! Nee, ich hab nicht Bundesliga geguckt! Ich hab nur Erdemeister geguckt! Ich hab nur Erdemeister geguckt, hab ich mir geguckt! Ach, nur die Erdemeister? Ja, ich hab nur... Die Bundesliga guck ich gar nicht, ich guck meinen Bruder ab! Ich hab Bundesliga geguckt, na? Aber ich hab nur Erdemeister geguckt! Ich glaub Deutschland, ja! Deutschland, hier wir! Erdemeister will! Scheiße! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play! Wir spielen heute ein neues Spiel, und zwar Donkey Kong Returns! Und ja, das wurde mir halt vorgeschlagen, und dann fahren wir ihn jetzt mal an! Und das war's mit dem Video! Die Arten! Sieben Arten von Mädchen, die kommen! Wer seid ihr? Schreibt's in die Kommentare! Seid ihr überhaupt wenn ihr Mädchen seid? Schreibt's in die Kommentare! Wer ihr wart! Ja, wer ihr wart! Ähm, ja! Lecker doch gar nichts davon! Und falls es auch losgucken, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so eher aggressiv, oder irgendwie der halt ein Freund mitnimmt, sag ich mal! Ja! Achso, schreibt mal in die Kommentare, was ihr grad so zockt, oder grad gerne zocken würdet! Bei mir ist es nicht mehr schwierig! Bei mir ist es... Bei mir ist es halt... Ja... Ja... Schreibt mal eure Lieblings-Games in die Kommentare! Ja! Und ja, hier in den letzten Videos, und wir kennen den ganzen Quatsch! Ihr seht das ja! Das ist die Arschrechnung, oder bitte! Da! Oder... Also irgendwo hier! Da oder da! Da, nein! Da! Da! Okay! Und für! Kannst ihr auch mal klicken! Und da unten hier so sind auch lustige Videos! Wir haben uns da nichts machen lassen! So, tschüss! Tschüss! Tschüss!